Okay, äh, ich nehme weiter auf, wieder mit dem blöden Gast namens Okay, was wolltest du grad sagen? Okay, äh, ich hab die Aufnahme beendet, grad vor ein paar Minütchen, so, äh, du warst es da Da ist das WCW, da ist Luxor Und wir müssen 29.999 Helmet zahlen, natürlich haben wir die auch Nichts Doch So Kickman, und da vorne ist Olimar, Olimar, als Sphinx dargestellt, ich könnte kotzen Hallo Miraculix Oh ja, Miraculix mit Koffer in der Hand, der macht nur Ferien So, wir können jetzt entweder die letzte Händlerzone eben aufmachen oder kämpfen Ich mach eben die letzte Händlerzone Mh, wär besser Da musst du dann immer was kaufen Egal, das ist die letzte Händlerzone So Äh, so, damit hätten wir die drei nervigsten Parts im ganzen Spiel abgeschlossen Drei Händlerzone zu finden Hm Da sind ein paar Ägypter, da vorne ist ein Zaubertrank Nymph, Zaubertrank Hä Hä Äh Was Äh, wieso hat der jetzt die Combo nicht gemacht? Macht er die Combo, ne? Nein Auch wenn du die Tasten X wie viele Male drückst Ja Das ist ein Bug Das ist ein Bug, den haben wir O Hoffentlich geschieht das später nicht von meiner Lieblingsattacke Sonst pisse ich ganz aus Naja, da musst du das auf der Tastatur drücken, glaube ich Dann kannst du es einsetzen Okay, Leute, scheiß auf die Fähigkeit Ich prügel mich jetzt einfach alt gewohnt durch Hä Musst du mal auf der Tastatur ein bisschen einstellen Näh, keine Tastatur Kameraisong ist so scheiße Ja, dass du die Tasten zumindest so drücken kannst Dass du die Tasten zumindest so drücken kannst, dass du die Combo einsetzen kannst Äh Musst du ja bloß auf der Tastatur dann drücken Ah, da vorne ist Fleisch Fleisch, Fleisch, Ha-Fla-Fla-Fla-Fleisch Ist das eigentlich Wildschwein? Ja, glaube ich Ja, Asterix wartet auch noch auf den Zaubertrank Und ein Diamantel Unter der Swings Okay, wo sind die nächsten Gegner Sonic kommt ja jetzt noch nicht vor Da kommt ja gleich Aber dafür kommt ja jemand anderes R-A-Y-M-E-M-A-N Den ich auch Let's Plays habe Und der sogar ein Spiel hat Das hat eine 3 dahinter Das was hat? Das jeder geliebt hat Kommt die doch jetzt noch nicht? So langweilig Hä, die Eigentlich müssten die doch kommen Nachdem du die Gegner besiegt hast Ach ja, da sind sie Oh mein Gott Es ist Rayman Bisschen zu viele Wayman Zumindest denkt euch das Zaubertrank, Zaubertrank Zaubert, Zaubert, Zaubertrank Ich muss es ein bisschen schneller machen So schnell geht das da eigentlich mit dem Zaubertrank ohne Doch Damit muss ich dir nicht gekappt Ach nein, einfach Stampfer Ja, aber Damit das spare ich mir zum Teil Weil mit dem Zaubertrank mache ich sie sofort ins Sinters Ach ja Ah, das spielt, muss ich mir Oma wieder angucken Was ist das Letzte? Ach da Ja Ah Boah, sorry Yeah Holen wir uns gleich den nächsten Diamantel Aber gleich kommt eine Zwischensequenz Deswegen Darf ich auch nichts sagen Ach, das Luxor Das Luxor Das Luxor sich allem vor Geht lieber daran Hinter dem Fels ist eine Öffnung Halt das mal Verräter Hey Vorwärts Obelix Kommst du mit Sam Schiffer? Geht schon mal vor Galia Ich komm dann nach Und das nächste Mal sollte unbedingt vorsichtiger sein Er hält, wenn mir fast die Füße zerquetscht Ja Holen wir uns gleich den nächsten Diamantel Ja Yay Das Geheimnis der Geheimpassage Wow Voll geheim Hallo Sonic Hallo Sonic So So Erstmal speichern Huah So Krömer Das hier ist ein Atari Auto Schick, schick Schick, schick So Oh Soll ich mir den Zaubertruck holen? Habe ich noch getaucht Krömerchen Habe ich noch getaucht Krömerchen 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 Ich bin gleich tot Ich weiß Ich werde aber in diesem Spiel nicht ein einziges Mal sterben Habe ich mir vorgenommen Krömerchen 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 Ach egal! So! Was zum! Henker! Von zwei Seiten! Diese übertrieben großen Römer-Scheiß-Kackhaufen! Bla! Ich bin gleich tot! Sie wollen dich! Fuck! So! Achso, Begin, ich werde dann was erzählen, aber erst nach dem Let's Play. Das würde dir vielleicht sicher gefallen. Okay. Obelix hast du gerade so mit dem Arsch gekratzt? Hast du es noch mitgekriegt? Noch nicht mitgekriegt? Nein. Was macht der? Komm her, komm her, FUT! 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 Was? Okay. Nein! Verpissst euch! Haut ab! Verpissst euch! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Voll Energie ist doch wieder was schönes! So, ähm... Ja! Bla! Ich hab' mich vergesst, was ich sagen wollte. Äh, ich bin schon wieder gleich tot! Darf doch nicht wahr sein! Was? Dass du schon wieder tot gehst. Oh, hab' überlebt. Bewegt deinen fetten Arsch, Ugolix. Danke. Das ist wohl die längste Tür-Ladesequenz ever. Vielleicht, vielleicht doch nicht. Äh, wie mach ich? Ich habe gesagt, vielleicht, vielleicht doch nicht. Achso. Stalter. Ja, ich hab' die grad gedrückt, aber es wurde irgendwie nicht aktiviert. Oh, perfekt! Ein Speicherpunkt! Ein Diamantel! Äh, alles perfekt! Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder! Tschüss! 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 Hier!